Ist das das bessere Animal Crossing? In HocoLive bringt dich ein Zug in dein neues Leben. Und dort kannst du in einer alten Werkstatt kreativ werden. Gestalte den ganzen Ort mit den unterschiedlichsten Materialien. Dabei hast du die absolute Freiheit. Du kannst entscheiden, wie du die Stadt erbauen willst. Du kannst zum Beispiel auch deine eigenen Brückendesigns entwerfen. Damit bietet dir HocoLive auf jeden Fall viel mehr Freiheiten als Animal Crossing und hat auch einige Parallelen zu Animal Crossing New Horizons. Dennoch ist es nochmal ein Spiel für sich und kann für ca. 20 Euro für die Switch, Steam, Playstation und die Xbox erworben werden.